so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die trend boom batterie schlechte knallbatterie das wort hat mir gefehlt die fandekong abbrutus ja wie man das jetzt schon sieht gekauft habe ich die beim freismann für 7,99 den standardpreis bekommt man ja sehr oft für den preis oder fast immer hier eine 36 schuss knallbatterie mit einem roten aufstieg glaube ich zumindest hier 97 gramm sonst stehen hier noch ein paar daten in niederländisch und deutsch und hier auch natürlich ja wie gesagt vom effekt her immer ganz geil beziehungsweise kann ich dazu nicht viel sagen aber ich finde die immer geil in videos deswegen habe ich die auch mal 50 sekunden brennt das gute stück und ja wie schon erwähnt 36 schuss der thunder kong serie von leslie so sieht das hier überhaupt von unten aus finde ich ganz cool eigentlich ja würde ich sagen leute sehen wir uns jetzt draußen wenn wir diesen klotz hier zünden viel spaß bei der zündung und bis gleich so haben wir hier die bruttos ihr habt ja gerade gesehen was passiert wenn man an silvester zu dumm ist zum beispiel wenn man das mikrofon nicht an macht werden wir jetzt beidseitig zünden und mit mir meine ich ich und das auf höhere so mal gleich die münchen noch ein das genau macht gleich die und ich die passt warte warte jetzt viel spaß ja absolut geile batterie die ihr schon für echt nicht viel in einem in einem in einer schönen vr bekommt ca. 8 euro das gute stück genau kann man sich gönnen gut los gut los ja 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 Vielen Dank.